Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ich möchte euch herzlich einladen zum kommenden Herrenabend. Das sind meine regelmäßigen Livestreams. Wir haben vor zwei Wochen mit dem ersten langfristigen Projekt für dieses Jahr gestartet, mit Transport Fever. Das war schon fantastisch, unheimlich viele Leute waren da. Und jetzt geht es mit dem zweiten Projekt los, nämlich mit RimWorld. Also ihr könnt beim Start dabei sein. Freitag ab 20.30 Uhr mit Vorgeplänkel, ab 21 Uhr geht es richtig los. Nur damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Ich bin kein sonderlich erfahrener RimWorld-Spieler, das werde ich gleich mal vorweg sagen. Insofern ist, glaube ich, viel Chaos und Drama und so weiter vorprogrammiert. Und ich werde auch nicht mir irgendwie vorher eine ganz optimale Crew zusammenstellen, alles min-maxen und so weiter. Sondern ich werde das so ein bisschen immersiver machen. Ich glaube, wenn man in so einer Rettungskapsel abstürzt, noch im Kälteschlaf oder sowas, dann sucht man sich seine Mitpassagiere nicht aus. Insofern tendiere ich zu einer zufälligen Charakterauswahl mit ein paar Einschränkungen. Und auch der Absturzort, denke ich, könnten wir zufällig auswählen lassen, was natürlich das Ganze noch weiter chaotisieren wird. Das können wir am Freitag alles nochmal besprechen, aber es sind im Moment meine Gedanken. Ansonsten findet ihr noch in der Videobeschreibung einen Link zu einer Mod-Kollektion. Da findet ihr alle Mods, die ich verwenden werde. Also, ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwallen. Ich freue mich drauf.